Hinter Gittern gelten zwei Gesetze. Die Gefängnisordnung und der Häftlingskodex. Schau gerade aus oder ich reiß dir den Arsch auf. Will man das eine Regelwerk überleben, muss man manchmal das andere brechen. Die Zeit hier drin kann hart werden oder ruhig. National Geographic hat ein Jahr lang den Alltag von Häftlingen und Gefängniswärtern im US-Bundesstaat Georgia verfolgt. Wenn ein paramilitärisches System verurteilten Verbrechern gegenübersteht, wer hat dann wirklich das Sagen? Ab ins Loch und da bleibst du! Hard Time Sonntag 19.10 Uhr auf S1